Gotsumi Ikarashi Benekiko Kyorio Deutsch Kuchako, ca. 40 cm Nisei haben wir im Frühjahr gekauft Als Tozei hatten wir ca. 15 cm Jetzt haben wir ca. 35 cm bis 42 cm Sind sehr gute Koi Wir werden die jetzt anbieten zum Verkaufen Die Fische können auch hier bleiben bis Mai 2018 Ohne Zusatzkosten Die werden anständig gefüttert Wer da Interesse hat, der kann sich gerne melden